Grüß euch, willkommen im Zeitlangenlangen Künstlerei zu uns. Also, wir sind seit heute im Schliersee und haben unseren Zeitlangenlangen mit dem Bulli zusammen eröffnet. Der Bulli ist nur mit dabei und wir haben eigentlich unsere Kollektion noch ein bisschen mit ausstellen dürfen. Könnt ihr euch gerne mal ein bisschen auch bei uns umschauen. Wir sind so samstags meistens da, von 1 bis 2 vorläufig und dann schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ganz wichtig ist, wenn ihr vorbeikommen wollt, setzt einfach eure Masken wieder auf, so wie ich es euch jetzt ein bisschen vorgemacht habe, dass wir dann auch damit kommunizieren können und dass wir uns einen Ärger ersparen können für das Ganze. Weil dieses Infektionszeichen, das ist alles gesagt bei uns im Haus und sonst haben wir unsere schönen Sachen, wo wir uns ein bisschen ablenken können von unserem Corona. Und dann schauen wir uns jetzt einfach an, was zu euch passt und was ihr mitnehmen willst.